Du lernst ihn in einer Gesellschaft kennen. Er plaudert, er ist zu dir nett. Er kann dir alle Tenniskrecks nennen. Er sieht gut aus, ohne Fett. Er tanzt ausgezeichnet, du siehst ihn dir an. Dann tritt zu euch beiden dein Mann. Und du vergleichst ihn dein Gemüte. Dein Mann kommt nicht gut dabei weg. Hier schon dasteht, du liebe Güte, und hinten am Hals der Speck. Und du denkst dir so, eigentlich, der da, das wäre ein Mann für mich. Ach, gnädige Frau, hör auf einen wahren und guten alten Papa. Hättest du den neuen, in ein, zwei Jahren, ständest du ebenso da. Dann kennst du seine Nuancen beim Kosen, dann kennst du ihn in Unterhosen, dann wird er satt in deinem Besitze, dann kennst du alle seine Witze, dann siehst du ihn in Freude und Zorn, von oben, von unten, von hinten und vorn. Glaub mir, wenn man uns näher kennt, dann gibt sich das mit dem Happy End. Spannend. 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 Vielen Dank.